hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder ein neues video von mir und langsam wird es wirklich zeit ich sollte meine foot champions weekend league und division rivals belohnung abholen und das werde ich jetzt tun denn ich habe aus Versehen diesen knopf gedrückt und jetzt habe ich diesen screen hier und ich dachte mir gut jetzt ist es soweit jetzt werde ich tatsächlich diese rewards öffnen und euch daran teilhaben lassen wie ich das auch immer zuletzt gemacht habe deswegen ja gehen wir direkt rein ansonsten was gibt es noch zu berichten es lohnt sich ja eh also ich wollte es gar nicht so lange mehr hinaus zögern wir haben das record breaker team drin wir haben das best of team of the week und wir haben ja aktuell auch sowieso ein richtig hochkarätiges team muss mit ronaldo in harland neuer mehrnahmen fallen mir jetzt gerade nicht ein aber ansonsten sieht das schon recht gut aus ich muss mal ein schluck trinken weil das mache ich hier one tag dann hätten wir das und dann gehen wir direkt mal rein in die guten belohnung ich habe auch noch einige andere packs mehr aufgespart und das überspringen will ganz kurz denn wir wollen uns mal ganz kurz noch die division rivals belohnung abholen und wie sieht das aktuelle team aus genau das können wir hier über die squad battles uns anschauen so sieht das ganze aus ja da nehmen wir an carasco gerne mit aber auch ronaldo ja wer will nicht und lukaku in harland was haben wir noch auf der bank johann leno ist ein gutes spc futter ansonsten natürlich noch ein neuer ja mal gucken einige packs haben wir von der partie und jetzt werden wir die division rivals belohnung auch noch holen ich weiß gar nicht was ich dort gut habe ich glaube das müssten hoffentlich die division rang zwei belohnung seien in der dritten division ich bin jetzt tatsächlich abgestiegen weil ich noch ein games gemacht habe und die ja da ich mal mit schlechten team verloren habe team zeige ich euch auch gleich aber das habe ich schon ordentlich aufgebessert für die aktuelle weekend peak da geht es direkt rein und hier gibt es seltene mega pack beim gespieler pack und ein jumbo gold pack ich glaube das nämlich mit und das ganze werde ich bestätigen und ja es ist rang zwei geworden zum glück da habe ich noch ein bisschen rivals gegrindet weil ich aber nur 14 siegel gespielt das heißt gold drei ist es geworden aber muss ja nicht mehr machen als von einem verlangt wird und ja wir müssen uns um die gegenstände kümmern das heißt hier muss was drin sein einer von den guten aus den aus der team of the week best of können wir da nicht ziehen aber und ronaldo lukaku in harland neuer werden schon ganz saftig okay und hier ist es ein fernando geworden da kann man als spc futter mitnehmen aber auch nichts besonderes und dann machen wir das nächste direkt auf und hier ist es ein carasco geworden gar nicht mal so verkehrt den keeper übrigens habe ich den den verwende ich gerade im team ja im carasco und fernando kann man so würde ich unterschreiben und habe ich gerade tatsächlich unterschrieben und mal kurz zu meinem team ich habe hier die mls aufgaben gemacht ja das werde ich so spielen ich habe aktuell habe ich noch ein bisschen was investiert ich habe das ist quasi mein low budget team mp ist jetzt nicht low budget aber ist halt ein android ansonsten habe ich mir nur rente den finde ich immer ganz gut zu spielen ansonsten ist das so aktuell mein team sieht natürlich sehr offensiv aus mit auch mit wo jahren die da bin ich mal gespannt den zu spielen und auch felix den habe ich einfach mal mitgenommen um ihn ja mal auszuprobieren und als kleines investment aber ansonsten nichts großes im game sieht das dann so aus da spiele ich sehr sehr offensiv wenn man die aufstellung guckt so sieht das aus rechts könnt ihr sehen ja das spiele ich halt mit den amerikanern in der innenverteidigung und florenzi den habt ihr gesehen das ist halt wirklich also ein perfect link zu mbp den brauche ich und der spielt sich aber auch ganz gut auf der sechser position kann auch ein bisschen was nach vorne von daher noch offensiv geht also einiges kurz zu dem team ja und wir gehen mal rein in die packs wir schauen erst mal was wir da so haben wir haben wir 12 packs an der zahl einige mega packs habe ich da gesehen drei stück seltenes mega pack haben wir auch noch und wir machen zuerst die vorbesteller packs auf und als erstes erhalten javi martinez ja unten schelzi trikot ich glaube das könnte sogar ein bisschen was an wert haben falsch gedacht aber die drei finde ich ganz ganz schick aber obwohl ich die weißen und ich glaube die blauen sind das etwas schöner noch finde jetzt habe ich damals auch transfer mark geschmissen was da nicht hingehört und wir machen das nächste vorbesteller pack auf wie da sei noch gesagt ihr könnt ihr euch nicht aufsparen das heißt wenn ihr über den sonntag hinausgeht dann sind die vorbesteller packs quasi verloren war nigger haben wir nehmen wir natürlich auch mit da war noch ein shadow da war ich gesehen manager habe ich auch schon ich habe ja noch ein bisschen platz auf der transferliste von daher ist das in ordnung ok und jetzt können wir eigentlich der reihe nach gehen ich mache hier noch das prime gemische spielers zelt auf man sollte das passen mal gucken ob wir überhaupt ein walkout ziehen ansonsten bin ich schon mit der spieler auswahl schon sehr sehr zufrieden in dortmund spiel habe ich gerade gesehen den sollte man verkaufen wenn man es kann in köln spieler war da auch noch weil die sind aktuell in die top partien vertreten und können ein paar coins auf jeden fall mitbringen premium gold pack das habe ich glaube ich aus der zielaufgabe bekommen da könnte man sich ja zwischen einem verein real madrid und liverpool entscheiden und die habe ich mir gerade eben auch noch abgeholt das heißt ich glaube die kann ich nicht zu coins machen ja da kommen die erstmal weg weil sonst dauert sie mir zu lange die eine upgrade spc zu packen und jetzt haben wir ein jumbo gold pack und jumbo premium gold pack haben auch noch schön da wollte ich wirklich schnell machen und ich sehe gerade ich habe schon über sie minuten ja aber wenn der walk nicht so lange ist dann spart man sich auch die zeit jumbo gold pack als nächstes wieder kein walk out keine inform karte gesehen schade den habe ich schon das zweite mal tatsächlich gesehen auch hier erstmal nichts dabei die können auf dem transfermarkt die bringen uns gerade ein paar zusätzliche coins schade anthony falls ihr wieder einen spieler sehen solltet der unglaublich viel wert momentan hat könnt ihr es mir gerne in die kommentare hinterlassen da bin ich immer sehr dankbar für die hinweise da ich manchmal irgendwie so nicht das auge dafür habe aber im nachhinein ja die coins sind ja eventuell nicht verloren wenn man da drauf hingewiesen wird argentinien schon wieder ein stürmer paris ikadi 85er ja nehmen wir gerne mit spc futter hier haben wir ein martins ich glaube der hat auch ein bisschen an wert mal gar nicht wahr ob sie ja so viele slots habe ich gar nicht mehr frei aber jetzt haben wir nur noch mega packs haben wir noch vier stück und dann gehen wir mal direkt rein in das erste das ist schon traurig für ein mega pack 2 rahmen ja ok war jetzt auf jeden fall nicht so die krasse ausbeute bisher und wir lassen uns nicht lumpen wir gehen direkt ins nächste und das wird ein walkout naja das ist eine champions die karte brasilien linker verteidiger tello nein den habe ich schon hoffentlich sei bitte verkaufbar dann bringt er nämlich irgendwie 10k oder so und ich wette der ist jetzt bestimmt untrade nein sind sie nicht voll gut ja das ist doch klasse mhm tottenham feindshymne könnte was bringen und polentrikot da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher nee und tschüss die slots brauche ich noch da oben und direkt rein ins nächste mega pack ja tello so ein 10k nehmen wir mit aber ich glaube damit habe ich meine walkout chance vertan nun de jong ist das de jong er war mal was wert back to back 85er da will ich mich jetzt auch nicht beschweren aber ich glaube der hat nicht mehr so den wert ja ich denke mal so 12.000 ja vielleicht warte ich da ein bisschen aber hier auch mit godin gutes spc futter das ist auch mal wieder so ein pack was so 15.000 ungefähr an coins bringen sollte hier haben wir noch ein 83er auch momentan sehr beliebt und da machen wir das letzte pack auf und damit kann ich mich auch ja soweit erstmal verabschieden die mache ich gezeigt meine red player picks und dann haben wir jetzt schon wieder ein argentinia und lass es nochmal der hypoin sein 83 ja und perisic den haben wir auch noch dabei ein kruse und ein old trafford was hat das eigentlich für einen wert gar keinen wert und das habe ich auch schon doppelt von daher kommt das weg und ich bedanke mich hier an dieser stelle dass ihr es bis hierhin ertragen habt diesen schlechten packlack ja zu folgen und wenn euch das video gefallen hat dann würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen und falls ihr vielleicht zukünftige spcs guckt da gerne mal da gab es einige interessante spcs in der vergangenheit schaut gerne vorbei und vergesst nicht zu abonnieren das ist kostenfrei und ja dann verpasst ihr zukünftige spcs nicht und in diesem sinne reingehauen wieder schauen püß die player picks waren gar nicht so scheiße